Das Spiel nimmt gewaltig was an Fahrt auf und ich komme kaum hinterher. Die Psychiatrie-Nummer hier, die bringt mich wirklich auch an meine Grenzen, erstaunlicherweise. Also sie gefällt mir, aber ich bin halt echt so... Oh mein Gott. Warum passieren diese Dinge? Ken, wovor hast du am meisten Angst? Alles. Okay. Und wie heißt du, Liebes? Annie. Und ich bin sechs Jahre alt. Die kleine Muselmaus Annie. Hier will jemand Nachrichten gucken. Das machen wir doch glatt. Was ist dein größter Tor im Köln? Zu leben in einer Welt, wo alles dreimal passiert. Jo. Lassen wir mal so stehen, ne? Oh Gott. Und dann kommt nämlich Seth und ich will Seth nicht wieder verduseln. Welche Art von Musik magst du, Seth? Und er weiß ja nicht, wie er es... Wie er es erklären soll! Wenn er doch nicht reden kann, wie soll er es denn machen? Was ist deine schönste Erinnerung aus deiner Kindheit, mit Papa Pistazien-Eis zu essen? Okay. Äh... Das da. Aber zumindest haben wir das jetzt mal so, ne? Aber ich finde es auch so cool, dass Joey jetzt dadurch... Oder Joe dadurch wieder da ist und gemeint... Klar, es ist immer noch mega traurig und so, aber... Es ist Joe! Hallo! Oh mein Gott! Alleine das ist doch schon irgendwie cool. Auch wenn seine Funktion da echt ein bisschen frustrierend ist. Aber hey, es ist mir sowas von egal. Es ist so egal. Es ist Joey! Ah, nicht mehr Stern 4. Ach doch, Stern 4 kriegen wir gerade noch reingeballert. Wir fühlen uns aber offensichtlich in der Psychiatrischen ganz wohl, kann das? Kann ich jetzt einfach nicht nochmal auf Wiederholen klicken? Als würde es so viel einfacher machen. Aber halt auch zu sehen, wie die anderen da alle so... Wie es denen so scheiße geht und so, da denke ich die ganze Zeit... Ach, das nicht! Führe jede Behandlung dreimal hintereinander durch, bevor du einer weiteren Carol hilfst. Oh Gott, das war dumm. Okay, sie will ja zum Glück auch immer alles. Schweinchen? Schweinchen! So. Ah, ein Stern erreicht, gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, was muss ich jetzt machen? Ha, ha, ha. Fählen wir ins kognitiven Test. Oh mein Gott. Muss ich das jetzt öfter machen? Oh mein Gott, so. Ja, 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 ja. Kommt, die letzten haben auch rüber da. Ja, ja, das sieht so einfach aus, ne? Leck mich. Es ist es nicht. Kognitiv bin ich nicht gut, habe ich das Gefühl. Okay, also ich persönlich finde ja, das Spiel fängt gerade an, okay, da ist ein Brief. Das Spiel fängt gerade an, echt Fahrt aufzunehmen. Verlorene Nachrichten, gut. Was ich, äh, was ich schön finde. Diese Abteilung hier genieße ich gerade sehr. Auch wenn ich das wahrscheinlich nicht tun sollte. Aber ich tue es. Oh, was schwein da rum. Zwei Sterne erreicht, das ist schon mal gut. Oh Gott. Ähm, oh ja, schön. Gibt es solche Behandlungen wirklich? Wenn ja, dann finde ich die jetzt schon scheiße. Yes. War ja noch nie in der Psychiatrie, ich kenne mich doch nicht so aus. Nee, da oben. Und da hin. Aber wenn es da solche Behandlungen wirklich gibt, finde ich die jetzt schon doof. Dann will ich da auch nicht hin, weil das ist doch doof. Aber ja, wie gesagt, ich bleib dabei. Für mich nimmt das Spiel gerade nochmal richtig Fahrt auf. Und zwar in einem sehr, sehr positiven Sinne. Ich finde das... Oh Gott, was passiert hier denn? Wähle 60 mal den richtigen TV-Kanal. Krankenhausaufenthalt von Alison Hart. Liebe Miss Hart, leider muss ich ihr mitteilen, dass ihre Tochter Alison einen Anfall hatte und sich derzeit in der psychiatrischen Abteilung des Queensborough Krankenhauses befindet. Sie ist stabil, aber zeigt keine Reaktionen. Der Anfall wurde durch eine Reihe von traumatischen Vorfällen ausgelöst, über die ich sie lieber persönlich informieren möchte. Wir möchten sie bitten, Alison so bald wie möglich zu besuchen und auch ihren Bruder Ryan mitzubringen. Bruder Ryan. Bruder Ryan mitzubringen. Wir hoffen, dass sie aufgrund ihrer beider Anwesenheit eine Reaktion zeigen wird. Meine Kontaktinformationen finden sie in dieser Nachricht, John Summer. Oh mein Gott. Alison, bitte. Mach mich nicht schwach. Aber wie gesagt, ich feiere diese Abteilung gerade übelst. Mir ein Schweinchenlevel. Ja, leck mich doch. Okay. Das, wenn das nichts bringt, ne? Okay, doch, was bringt das? Da ist noch ein Schwein, da. Da unten. Oh Gott, ich habe den ersten Durchlauf. Oh mein Gott. Eben im ersten Durchlauf, die irgendwie... Ich freue mich. Ich freue mich einfach. Ach Gott, wie schön. Das ist auch noch nie passiert. Wahrscheinlich, weil ich sie noch nie in einem Durchlauf gekriegt habe. Was ist... Achso, ich wollte gerade sagen, was ist da jetzt los? Ah, Spieler erhöht. Ah, bitte. Wozu ich diese blöden Diamanten noch brauche, weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Hier habe ich doch alles. Na gut. Da waren das alles irgendwie noch... Alles gegen Gold. Lasse zwölf Patienten mit Holz... Goldherzen. Holzherzen bezahlen. Ja, bei mir gibt es nur Holzherzen. Hier gibt es keine Goldherzen. Na, 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 na. Zinni. Na, 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 na. Ja, Hunger. Bitte schön, kriegt aber zu essen. Oh. 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 Oh Gott, das komische Spielchen hier schon wieder. Wenn das irgendwann mal größer wird, kriegt er echt ein Problem mit. Oh Gott. Wirklich, das ist das Schwein. Was willst du da haben? Was zu essen, bitte schön. Bist du hier fertig, pass mal ja mal so. Oh. Nachrichten. Muss das Kind Nachrichten gucken? Ich weiß ja nicht. Huch, das war dumm. Das war langwierig. Was nicht hätte sein müssen. Das war auch dumm. Oh. Oh. Nehmen wir Platz. Oh. Hmm. Oh. Oh. Das Spiel mag ich irgendwie. Oh, was? Oh, komm! Oh, Gott. Oh. Jetzt spielen wir noch einmal mit Seth Murmeln. Keine Ahnung, was wir da gespielt haben. Das hat uns gerade mal zwei Sterne eingebracht. Ist das nicht atemberaubend? Ich fall vom Sockel. Okay, aber eigentlich sollten wir... Eigentlich sollten wir... Egal, ich guck hier wieder so rum, weil das... Da müssen wir ja auch noch einmal spielen. Emotionen. Bei dem Spiel zeig ich eine Menge... Was war das denn? Manchmal bin ich aber auch ein bisschen dumm, ne? Nimm den da unten. Manchmal, wenn man einfach nur so dumm rumklickt, passiert auch nicht immer unbedingt das, was man erwartet hätte. Hm. 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 Naja, gut. Auch das sollten wir... ...relativ gut schaffen können. So, dann holen wir das Ding jetzt einmal ab. Wir können wieder ganz viel einkaufen hier. Was wir auch machen. Geduld an der Kasse. Wer braucht schon Geduld an der Kasse? Couch. Patienten auf der Couch, bloß einen. Ja, ja. Ja, später. Später, später, später. Wir haben noch keine Zeit. Wir haben noch einfach keine Zeit. Da müsste ich ja eigentlich immer so langsam angewöhnen, zuerst die Herzen, ne? Okay, haben wir die? Ich hab grad nicht mitgezählt. Die waren... ...ningningningningningningning. Äh... Ja, aber sieht gut aus. Yay, wir haben fünf Sterne. Du, 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 du. Okay, äh... Genau, Gold. Lass die goldenen Patienten zahlen. Das Spiel, ne? Das ist meine Nemesis hier. Oh. Okay. Oh. Okay. Es ist ganz klar, dass Alison sich da jetzt gerade mega wohl fühlt, weil da klappt ja auch alles. Sie ist Ärztin, sie muss sich nicht mehr damit auseinandersetzen, dass sie ihre scheiß Praktika und den Gedöns nicht geschafft hat. Es ist alles gut. Ich meine, was will man denn mehr? Also, dass alles im Leben so läuft, wie man sich das vorstellt. Von daher, ich kann hier Nervenzusammenbruch so ein bisschen nachvollziehen. Also, ich kann hier nur ein bisschen nachvollziehen, ich kann hier extrem nachvollziehen, ich glaube. Das würde jedem so gehen. Vor allem, sie ist gerade dabei, ihre beste Freundin zu verlieren. Ich glaube, da würde ich auch irgendwie in einen nicht so ganz psychisch korrekten Zustand verfallen. Oh! Oh Gott, ja, wir haben den Sternen, da war ja was. Sehr schön, sehr schön. Und damit haben wir auch den letzten Stern. Das ist so schön, aber ich komme aber auch nicht drüber weg, dass wir ein Meerschweinchen-Level im ersten Run voll durchgeballert haben. Das macht mich einfach so unfassbar happy. Ach ja, du schon wieder. Ja, ich erinnere mich an unsere Sitzung hier. Deswegen auch immer nur eine Carol gleichzeitig, die da vor sich hin hümsen kann. Dass sie ja immer dreimal das gleiche will. Okay, wo bist du, Schwein? Moment, Moment, Moment. Okay, ich kriege ja jetzt echt ein Problem, ne? Oh Gott, ja, damit auch wieder. Das geht mir gerade auch um. Ja, meine, meine. Und wenn mir jetzt einer sagt, das trainiert ja, ne? Ich fahre jetzt weinen. Scheiße, tut das. Außer mich nerven. Wenn ich jetzt nicht mal die fünf... Alter, ist das... Ich kriege nicht mal die fünf... Boah. Ach, du, es fehlen mir neun Punkte. Du willst mir noch haben. Ich bleibe ganz ruhig. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Bye-bye. Bis dahin, ihr Lieben. 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 Bis dahin, ihr Lieben.